Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance Ja heute ziehen wir in die Schlacht gegen das große Lager hier Ich weiß aber leider noch nicht ob wir das schaffen werden Wenn wir es nicht schaffen müssen wir in ein paar späteren Folgen das nochmal probieren Okay Konzentration wir müssen angreifen wir bleiben lieber etwas weiter hinten Ich darf jetzt noch nicht so viel Schaden nehmen Da wollen wir mal Auf sieh So weit so gut Na aus mach den letzten hier weg Hilfe Sehr gut Informationen Okay Kommt schon wir müssen das schaffen Let's go Boah mit dem Helm sind wir schon etwas eingeschränkt hier in der Schlacht hier So Wir gehen lieber etwas weiter nach hinten Ich möchte mich nicht so sehr hier anlegen mit dem ganzen Das könnte ich nämlich ehrlich gesagt bereuen So Jawohl Wir schlagen sie zurück Sehr gut Weg mit denen hier Oh Hilfe Das war ein guter Treffer von dem Gut er ist auch weg So wir müssen weiter vorrücken Meine Ausdauer regeneriert auch langsam Sehr gut Gut Wir stoßen langsam vor Aber das wird schwer hier auf jeden Fall Vor allem jetzt Wir stoßen langsam vor zu der Burg Nenn ich es einfach mal auch wenn es nicht eine richtige Burg ist Wo er den in ihr Anführer ist Ich hoffe wir werden es schaffen Wird auf jeden Fall hart jetzt Wir haben uns ja schon viele Folgen drauf vorbereitet jetzt auf diese Schlacht hier Aber das Problem ist halt unsere Rüstung immer noch Da haben wir halt noch nichts richtiges Gut Auf sie Töte den Anführer der Komanen Kümmere dich um die Bogenschützen Okay Die Bogenschützen sind dort oben Das habe ich gerade gesehen Hoch hier Let's go Leute Oh das sind echt viele Schaffe ich das denn überhaupt alleine So Hilfe Die Anzeige hier ist gerade so richtig komisch wieder mal Jawohl Wir haben schon mal zwei Nein Jetzt Weg mit dir Jawohl Nur auch die hier Ja So weit so gut Jawohl Jawohl Wir haben die Bogenschützen Sehr gut Können wir Kurz was essen Nein Können wir nicht Na toll Und wir sind auch noch verletzt Das ist echt nicht gut Kein gutes Zeichen Weil unser Tozo ist nämlich sehr schwer verletzt Der Anführer der Komanen ist auch tot Sehr gut Wir können das schaffen Wir können das schaffen Männer Hier hinten wird noch gekämpft oder Ich höre solche Schreie überall hier Nein Die kämpfen dort hinten alle in dem Zelt Na los Was macht ihr hier drinnen Nicht knuddeln Na los Geht drauf Jawohl Sehr gut Nur noch das Hauptlager Okay Ich möchte doch nur mal den Ringelblumenaufguss trinken Gut Dann wollen wir mal Wir warten noch bis die anderen Krieger da sind Gut Na los Rennt alle nach oben Wir laufen ganz hinten Als Unterstützung Unser Tozo ist halt sehr schwer verletzt Hier sind sie Na los Auf sie mit Gebrüll So Wir schauen ein wenig herzu Wie unsere Leute kämpfen So Natürlich machen wir auch ein bisschen mit Let's go Jawohl Schillt den Rücken rein hier Jawohl Den haben wir Noch die kleine Kirche hier Gut Tor niederreißen Bleibt zusammen Und halte die Stellung Bleibt standhaft Wir werden standhaft bleiben Na los Hier oben sind halt diese blöden Bogenschützen Das ist ein Problem Was von unten kommt noch mehr Was von unten kommt noch mehr Na toll Okay Wir müssen verteidigen Na super Los Männer Kämpft Kämpft Wir gehen jetzt ein bisschen mehr mit herein Hier in den Kampf Oder Wir müssen hier durchkommen So Na los Verteidigt Kämpft bis zum Ende Na los Soldaten Jawohl Was macht der hier Weg mit dir Jawohl Sehr schön Leute Jawohl 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 Das sollten wir schaffen Es sieht echt gut aus Gerade eben Wir müssen kämpfen bis zum Ende Aber unsere Gesundheit Absolut im Arsch ist die Was das angeht Und ich glaube Das letzte Stückchen Wird jetzt auch nochmal schwer Da hoch geht ihr Anführer Ob wir das gegen ihn schaffen werden Wir sind halt verletzt Er nicht Ich werde dich zerstückeln Du Bastard Hast du schon mal versucht Ich bin noch hier Was Wer zur Hölle bist Hast du mich vergessen Ich dich nämlich nicht Wo ist mein scheiß Schwert Was zum Teufel Faselst du da Welches Schwert Warte mal Du bist doch Leck mich am Arsch Und ich dachte Die Krähen hätten dich zerpflückt Du zäher Kleiner Mistkerl Was hast du Mit dem Schwert gemacht Wenn ich an unsere letzte Begegnung denke Da ist ein großer Fehler Von dir her zu kommen Wo ist mein verfluchtes Schwert Aber vielleicht hast du ja etwas geübt Ich hoffe es für dich Letztes Mal war viel zu leicht Gut Wir machen das Schwein fertig Oder wir versuchen es zumindest Kommt schon Töne den Anführer Der Banditen im Kirchturm Aufgabe begonnen Na los Nein Nein Er kommt dort alles So jawoll Ich würde sagen Wir probieren erst mal zu blocken Ein Weile Ja Kommt Wow Ja los Was Ich verstehe dich nicht Kollege Ich kann auch nicht deine Sprache Ja Ich kann auch nicht Es ist noch nicht vorbei, du Mistkerl. Wo ist mein Schwert? Was hast du damit gemacht? Rede, du Bastard! Wir sehen uns in der... Spuck's aus, noch mal schon. Was hast du damit gemacht? Ich glaube, du vergeudest hier deine Kraft, Junge. Du hast das alleine geschafft? Sehr gut, toll gemacht. Du überraschst mich. Er war ein Berg von einem Mann. Er war es, der Neuhof überfiel. Und dein Schwert geraubt hat er. Das dachte ich mir schon. Was hat er dir gesagt? Wenn er noch leben würde, hätte der Henker ihn vielleicht mehr entlocken können. Was soll's? Das kann im Eifer des Gefechts passieren. Wie dem auch sei, wir haben eine Truhe voller Münzen entdeckt. Jemand hat dieses Gesindel wirklich gut bezahlt. Es war noch ein paar von Sigismunds Barbaren unter ihnen. Ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Wer auch immer das angezettelt hat, muss hohen Ranges sein und wird sich nicht so leicht geschlagen geben. Dieser Wurm war nur ein Bauer. Ich fürchte, ihr habt recht, Herr. Nun, Junge, das war wohl nicht unsere letzte Schlacht. Wir haben immerhin die Schlacht gewonnen. Das ist nur die Anspannung. Das ist ruhig raus. Nun, lass alles hinter dir. Mein guter Christ sollte sich mit solchen Gräueln nicht belassen. Ich weiß nicht, Herr. Ich möchte das nicht vergessen. Es ist an der Zeit, dass diese Kerle für das büßen, was sie uns angetan haben. Du hast recht, Junge. Doch zuerst müssen wir uns ausruhen. Wir treffen uns später in der oberen Burg von Ratai und entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Und zugegeben, du hast dich heute gut geschlagen. Sehr gut. Unsere erste große Schlacht haben wir gewonnen. Ich frage mich, was uns noch so erwarten wird an Schlachten. Ich denke mal, 100 pro irgendwann noch in dem Spiel. So eine ganz große, gegen so eine große Armee. Könnte ich mir richtig gut vorstellen. Vorstehen? Vorstellen? Ja, ich stehe auch immer vor. Ich frage mich, wie es jetzt weitergehen wird mit der Story. War auf jeden Fall, muss ich echt sagen, ein harter Kampf. Ich hätte auch überhaupt gar nicht gedacht, dass wir das überhaupt schaffen. Den Mann kennen wir doch, der dort gerade war. Der war von ganz am Anfang des Spiels. Den kennen wir. Das war doch dieser Freund von Heratik. Für den wir arbeiten. Was macht der dort? Ich habe irgendwie gerade nicht so ein gutes Gefühl, was es angeht. Kann das vielleicht sein? Dieser Typ ist so gesehen der Anführer von den Bösen, nenne ich es jetzt einfach mal. Oder der hat die Leute bezahlt, besser gesagt. Die dort ihr Lager hatten. Ich könnte mir das echt gut vorstellen. Als Dank für deine treuen Dienste erhältst du von Herrn Hanusch deine eigene Kammer auf der... ...auf Burg Pirkstein. Okay. Sehr gut. Ist das jetzt unser eigener kleiner Raum? Ich denke mal schon. Das wird wohl jetzt unser eigener kleiner Raum hier sein, zum Schlafen. Was will der hier? Bütel des Müllers. Ja, dann wird das jetzt bestimmt unsere eigene kleine Kammer hier sein, wo wir schlafen können. Okay, gut, Leute. Da würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es wieder länger, wie sonst. Die Folge ist etwas kürzer. Weil in der Folge wollte ich mich hauptsächlich erstmal nur um die Burg kümmern. Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Ich hoffe, ihr auch, Leute. Würde mich sehr freuen über die Bewertung. Und ja, Leute. Das war's. Haut rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und... Tschau! Tschau!